Erfolgreiche Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihr ganzes Leben dazulernen und dann mit Begeisterung ihr neues Wissen in der Praxis anwenden. Wir als Ihre Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland, Grafschaft Bentheim, möchten mit unseren Weiterbildungsangeboten ein Kapitel in ihrer ganz persönlichen Erfolgsgeschichte werden. Für die IHK-Weiterbildung habe ich mich entschieden, weil ich bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben wollte und vor allem auch praxisorientiert mein Wissen anwenden wollte, auch meinen derzeitigen Job, um mehr Verantwortung zu übernehmen und auch einfach um eine andere Position anzustreben. Ich habe mich für eine berufliche Weiterbildung entschieden, weil ich nach meiner beruflichen Ausbildung erstmal nicht wusste, wo die Reise genau hingeht. Erhoffen tue ich mir aus der Weiterbildung, dass ich für meinen praktischen Arbeitsbereich einiges Wissen rausziehen kann. Für mich hat es sich jetzt insgesamt gelohnt, weil ich habe dadurch die Weiterbildung der IHK die Möglichkeit, bei uns in verschiedene Bereiche mal reinzuschnuppern. Ich bin als Leiterin der Personalabteilung tätig und habe dort viel mit der Praxis auch zu tun und kann den Teilnehmern die Theorie mit der Praxis eben direkt gebündelt mitgeben. Die Digitalisierung wirkt sich in der Form aus, dass wir mehr von dem rein frontalen Unterricht, den man natürlich haben kann, jetzt auch mehr in Online-Portalen unterwegs sein kann. Ich würde die Weiterbildung auf jeden Fall weiterempfehlen. Es macht mir selber viel Spaß. Man lernt verschiedenste Situationen kennen. Man ist gut vorbereitet auf das, was einem später im Job auf alle Fälle entgegenkommen wird. Eine berufliche Weiterbildung würde ich jederzeit anderen Interessierten empfehlen. Und auch der Zusammenhalt, die Freundschaften, die auch entstehen, das macht Spaß auf jeden Fall. Mehr als 3.500 Menschen in der Region können sich nicht irren. Sie bilden sich jedes Jahr bei der IHK weiter. Egal ob als Präsenzveranstaltung, Webinar oder Blended Learning. Unsere IHK bietet jedes Jahr mehr als 150 Lehrgänge, Seminare und Schulungen an. Für das Emsland, die Grafschaft Bentheim und die Region Osnabrück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017